herzlich willkommen zurück leute ja weiter geht es hier mit seinem stein club stehen geblieben union und was sagt ich die haare etwas neues mit fd renouren miss nicky swish i will trade cards with you powerful defeat myself please do your best ja kann ich die nation besiegen ist da steht er nicht da oben so keiner hier dann gucken wir uns erst andere clubs an gut ich nehme was haben wir denn weiß nicht science vielleicht nicht unbedingt was hab ich denn noch hier ich hab hier noch ein feuerkampf select deck das ist feuerkampf dann sollte vielleicht kampf hier lightning club vielleicht mal gucken sollte ich mal ein dieses deck ein bisschen abändern noch bessere kampfbruch ein paar sind noch drin hier ein bisschen aussortieren drei raus zwei raus magma rein und davon zwei davon drei wird man die wird man schauen die wollen ich habe ein knogger einmal das onyx hier meinetwegen und zwei davon einen davon so nein quatsch so das hat jetzt gespeichert ja gut dann nehmen wir das mal hier gucken wir uns mal um elektro club aha bist du ich habe ich nicht habe ich das nein habe ich nicht bist du die alle labern brennen aha ja auf jeden fall ach du willst mich du willst sie nicht du lehnen na gut dann nicht hier kommt das Too bad, prepare to be defeated for a defying team GR, but I'm too lazy to do it myself. Nicholas? Yes, miss. Yes, miss, aha. Isaac? Go ahead, take care of this chump. Aha. If you manage to defeat these two, okay, zwei besiegen, toll. Okay, dann du erstmal, du. Overflow? Na, dann gucken wir doch mal einfach mal, ob wir da irgendwas anmachen können. Ausrichten können, anmachen, ja, ja, nämlich auch. Diglett! Ich hoffe mal, die haben auch wirklich ihre Elektro-Pokes. Ja, das sieht doch schön aus. Oh, er freut sich nicht. Lol, wir haben das Duell schon gewonnen. Weil er keinen Punkt mehr auf der Bank hat. Hahaha. So, nicht anders. Hahaha. Ja, wenn sich Team Rocket anschließt, muss er auch besiegt werden. Great Rocket. Was? Kein Booster? Ach, du bist doch bescheuert. Okay. Sechs Preise. Ach, das ist der, das ist der Gewinner, das ist der Leiter. Sky Volt. Sky Volt ist schlecht. Sky ist Himmel, das heißt resistent gegen Erde. Diglett, Radata und Hit. Oh, dann wollen wir gleich hier drauf sauen. Gucken, was er so drauf hat. Das kann nicht sein, ne? Das kann nicht sein. Mal gucken. Flippokorn. Ähm, scheiße. Zwei Stück braucht er. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, das hat auch noch 50, ey. Das kann echt nicht sein. Das ist schon jetzt nervig. Hit Mon Lee. Ja. Double Kick. Scheiße. Das kann ich doch jetzt schon wieder knicken, ey. Gibt's doch nicht. Dann hat er auf einmal Flugteile da drin. Ja, was soll ich dagegen machen? Das habe ich verloren. Könnte jetzt auch schon aufhören. Dagegen komme ich nicht an. Jetzt haben wir noch sechs Preise, ey. Ich kann nicht mal aufgeben. Kann ich das? Kann ich das? Kann man die aufgeben? Kann man die Klappe? Ne, kann man nicht. Schade. Ja, das hat sich erledigt. Da müssen wir umbauen. Okay. Okay. Aber das ist ja machbar. Da muss ich umbauen. Umbauen kann man immer. Umbauen kann man immer. Umbauen kann man immer. Okay. 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 Aber auch mehr Elektro fast. Oh, der hat zwar selber auch welche, aber. Das müsste machbar sein. Wenn ich den nehme und den nehme. Ja, ich muss gleich mal gucken, aber ich meine schon, dass es machbar ist. Sky Volt, so ein Quatsch. Der ist ja richtig nervig, so. Ja, ich hab nix. Du kannst, ich kann nicht wechseln. Da tut mir ja wohl leid. Ja, komm, mach. Ja, komm, mach. Bumm. Mach los auch da. Da lacht er fies, da lacht er fies. So, gucken wir mal. Ah, View Deck. Das heißt, nicht so viele davon. Du weg. Du weg, du weg. Und auch noch welche Elektro. Oh, wir gucken hier. Elektroenergie haben wir ja auch noch. Fighting. Fire kann raus. Ne, Fire kann raus. Elektro haben nur vier Stück. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja nichts. Schande über dich und Schande über mich. Das ist nicht gut. Dann haben wir hier noch ein paar normale Viecher. Komm. Es ist ja gar nichts. Drei Ewolis. Ein Blitzer rein. Das ist nicht gut. Wenn wir das mal so. Das ist immer noch nicht perfekt, aber... Das ist ein bisschen mal was anderes jetzt. Ja, ist ja gut. Da, Jolteon. Aha. Und cool. Ja, klar. Immerhin ein Magma. Natürlich darf ich nicht anfangen. Das Magma ist eigentlich cool. Das hat leider nur 50 Life Points. Das ist schlecht. Aber es kann ordentlich Schaden machen. Ich meine kein Fire Punch. Dann noch Smog. Ja, ja. Spark. Und Smog. Und Smog. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Das nervt mich jetzt gerade richtig. Da muss ich andere Maßnahmen aufziehen. Das sprechen ein paar Karten auf Screen Farmen oder sowas. Alter, ist doch nicht wahr. Weißt du, warte, komm. Das war's, das lassen wir jetzt sein. Äh, nein. Nee, nee, das lassen wir kommen. Hau ihn um, das macht keinen Sinn. So macht das absolut keinen Sinn. Da müssen wir anderweitig gegen vorgehen. Nee, das hilft jetzt auch nichts, dass ich Glumander da hab. Nein, nein, nein. Danke, tschüss, auf Wiedersehen, das reicht. Da gehen wir anders gegen vor. Und das werde ich jetzt erst mal Offscreen machen. Ich werde mir mal ein paar Karten farmen. Das kann ja nicht weitergehen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich werde jetzt mal eben ein bisschen Karten farmen. Ein kleiner Schnitt. Ein kleiner Schnitt. Ein kleiner Schnitt. Bis zum nächsten Mal.